Hallo und herzlich Willkommen in der Zahnarztpraxis Zahnarzt & Smile Atelier am Mahlkasten. Mein Name ist Stephanus Steuer und heute ist mein Thema Finanzierungsmöglichkeiten und Kosten zu einem schönen Lächeln. Die Kosten hatten wir schon teilweise immer wieder besprochen. Sie können bei einem Veneer zwischen 1.000 und 1.500 Euro liegen. Natürlich bei entsprechenden Anzahl der Veneers kann das schon eine gewisse Summe ausmachen. Die Kosten für Invisalign zwischen 3.000 und 4.000 Euro und für das Bleaching je nachdem zwischen 400 und 500 Euro, was für manche vielleicht Kosten sind, die sie nicht unbedingt in ihr Budget eingeplant haben, die sie aber trotzdem jetzt gerne haben möchten, weil irgendein familiäres Ereignis vor der Tür steht oder weil sie vor der nächsten Urlaubsreise noch für besonders schöne Fotos gerne schöne Zähne hätten. Und insofern sind wir oder haben wir die Möglichkeit ihnen dort Finanzierungsmöglichkeiten anzubieten. Diese Finanzierung kann in 48 Monatsraten erfolgen und ist für die ersten sechs Monate sogar völlig kostenfrei. Es fallen keinerlei Bearbeitungsgebühren hierfür an und sie bekommen eine völlige Kostentransparenz über diese Finanzierungsmöglichkeit. Wir haben da einen sehr starken Partner, mit dem wir auch unsere gesamten Rechnungen und so weiter abwickeln und die über die wir eben Konditionen bekommen, die sie bei keinem anderen Kreditinstitut so schnell finden werden. Sprechen sie uns in diesem Falle an, wenn ihnen die Kosten zu hoch sind. Die Behandlung soll nicht daran scheitern. Wir helfen ihnen gerne und vereinbaren sie gerne hierfür auch einen Beratungstermin mit meinen Mitarbeitern, die sie darüber detailliert aufklären können. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.